Und am dritten Willkommen auf meinem ersten Kanal! Ich glaube heute Nacht es geht weiter mit 5 Nuits mit RM. Merci beaucoup für die Zuschauen! Es geht weiter mit Nacht 3. Nuit 3 1, 2, 3 Nuit 3 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 9 Coupes! Nuit 3, super, vraiment! Oh, merci, merci beaucoup! Dave Le Dingo, notre patron est vraiment fier de toi. Merci! Tu es plutôt la plante idéale pour ce job. Alors, je te mets à transigner sur ce que tu risques de t'attendre à voir cette nuit, Tiya, l'animatronique qu'on a laissé dans une des pièces. Il a été reconstitué avec un endosquelette retrouvé dans Freddy Fazbear's Pizza ou du moins, Fazbear's Fright. C'était une ancienne attraction d'horreur qui a brûlé. L'endosquelette était impeccable. Oh, merci! Les autres, je pense qu'ils proviennent de Tubiland, dans l'ancienne attraction. Du moins, le bâtiment où ils stockaient les trucs. Euh, alors? Alors? Lui, il va... Si tu ne coupes pas une caméra avant qu'il ait rentré dans ton bureau, il va désactiver ta caméra. Il faut que tu fasses gaffe. Il a eu souvent une certaine influence à ce système. Même la journée, lorsqu'il marche devant les caméras, elle s'éteigne automatiquement. Je ne sais pas pourquoi. Bon, allez! Je te laisse tranquille. N'oublie pas la boîte à musique. Active une nuage de fumée de temps en temps. Musique? A plus! sătl-e-ices! Oh, c'est l'onencang! Olé! Le hic alsousis! Quoi-je structureнул? Au moins, on y est bewe letting me dé Phoenix, Exactement! Oh, c'est l'onencang! Oh, c'est ça! Où est-ce que c'est le chcier ? Quoi-je? Il a menage des tribunaux de beautifs très Dunton, vert Tu vois�140 ? Oh merde! Hallo? Hallo Monsieur? Arrête! Arrête! S'il vous plaît! Bonne chance! What? No! Please! Hello? Monsieur? Monsieur? Was? What? Oh Leute! Ich krieg ja gleich die Krise! Er macht dich verrückt! What? Make me crazy! What? 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 Game over! Musik! Musik! Was? Ja! Was? Musik! Das meine ich! Das meine ich! Da hätten wir glaube ich hingehen müssen! Shit! Merde! Oh! Oh! Putain! Salop! Attacla Cross! Ah! Jesus! Oh! 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 Ah! Ah! Oh! wo ist die Rentner du kleines Arschloch ich bin voll das Arsch das Arsch der Arsch das Loch Hurt's what great game I love it oh fantastique the game Fantastik. Ich wollte gerade sagen, eine Teletubbie war da. Scheiße! Oh, Mann! Oh, mein Dieu! Ich habe ihn gerade noch gesehen, dass du um den Dreck steckst. Da! Da, 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 da! Nuit, Trois. Troisern. Rupert, äh... Schnauze, äh... Orschloch. Du Arsch! Du gehst mir auf den Arsch, du Sack! Oh, Merde! Grand Malheur, äh... Monsieur, rostiger Rentner. Du hast versagt auf ganzer Linie. Warum, warum hast du versagt? Du kleines Arschloch. Weil du bist eine, äh... Wie sagt man in Deutsch? Eine Versager? Eine Onk? Ist der rostiger Rentner vielleicht? Äh... Eine Onk? Eine kleine dumme Onk? Eine onki Spunk? Ein Dummbeutel? Ein Hochschloch? Eine... Wo sind Scheißer? Ich bin voll der Tempora. Ich hab voll was an der Zwölf. Voll was an der Glatze hier, Leute. Monsieur Teletapi? Avec plaisir. Du kleines Arsch. Jetzt haben wir ihn vertrieben. Miststück. What? You are not welcome. Asshole. Kommt er schon? Nein. Und dann machen auf Grandomaleur, äh... Avec plaisir. Travajer, Travajer, Travajer. Aber jetzt weiß ich ja, er kommt und dann kommt Teletapi noch. Oh, ich glaub, er ist... Arrivier. Oh, ich krieg ja voll... Spritz am Kopf hier. Ui. Salopp. Auf jeden Fall muss ich halt auf den roten Button gehen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. In der Hoffnung, dass es funktioniert. War er schon da? Ich glaub, ich hör was. Ich glaub, ich hör was. Äh... Äh... Er haut nicht ab. Warum auch immer. Ich klicke mir hier grad einen Wolf. Was anders geht grad nicht. Ich weiß nicht, warum er nicht weggeht. Ich kann nix anders machen. Ich hab irgendeine Taste gedrückt, das hätt Musik gemacht. Leute. Ich hab irgendeine... Ich hab irgendeine Taste gedrückt. Entweder J... Ah, das wär natürlich scheiße hier. Weil er geht ja nicht weg. Ihr habt ja gesehen. Kyber, Moment. J war's nicht. K... Christ is cold, ist heuteisiert. Komm schon. Krass! Lass dich noch! Irgendeine Taste, aber welche? Ich weiß es nicht. Jetzt geht es auf jeden Fall mal nicht. Kacke. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht geht es doch nur, wenn er da ist. Ich weiß es nicht, Leute. Kann sie nicht beantworten. Tja, ich glaube, wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. We got a problem. I had a problem. Problems, problems, problems. What? Er war doch weg. Merde. Ich muss mal gucken, was da unten dieses manuell bedeutet. Er sagt irgendwas von der Musik. Hey, Nuit 3, super, vraiment. Deux jours avant l'ouverture, bordel. Dave Le Dingo, notre patron est vraiment fier de toi. Tu es plutôt la plante idéale pour ce job. Euer, C'est à��, je vais te dénoncer Hope à Thrun foi storier du pensez feeling right quand tu такого tu want ца ist awake. Si il y a animatronic qu'on a laissé dans les dimagas, c'est récon sixty. Ich bin mit einem Endosqueletten, in Freddy Fazbear's Pizza oder Fazbear's Freight. Das war eine alte Attraction d'Horreur. Die Endosqueletten waren sehr gut. Ich denke, die anderen sind von Tubiland. Das ist der Gebäude, wo sie alles stocken sind. Das ist der Gebäude. Das ist der Gebäude. Soll man in die Kameras gehen? Jetzt kommt auf jeden Fall unser Teletubbie-Freund. Ich glaube, der soll in die Kamera gehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Glaube ich. Aber eine andere Möglichkeit habe ich auch nicht. Aber der Teletubbie kommt doch. Dann gleich. Bis hier. Der Teletubbie kommt. Und der Minecraft-Man. Und ich komme dann nicht mehr in die Kamera zurück, wenn er da war. Probieren. Und dann mal ein paar Tasten drücken. Mitglieder. Du wourgst auch für die Kamera hinaus. KommOmOmOmOmOmOch Pan updates schrahlen. Welche Leute. Leute! Ich bin etwas angespannt. Ich bin etwas angespannt. Es gibt den Klammern, Es geht irgendwie alles Geht nicht, warum nicht? Why? Ich probier's doch mal Irgendwann kam Musik Hier gibt's ja nichts, wo ich sonst draufklicken könnte Eine andere Funktion macht er mir nicht Und ich komm aus der Kamera raus Und die Musik setzt irgendwann mal ein Rätsel über Rätsel Haa Hier macht er Ich kann Tasten Vielleicht muss ich auch gar keine Tasten drücken Ich weiß es halt nicht Ich weiß nicht Shit Das Spiel macht mir so viel Spaß Und jetzt das wird er Ach man, immer das gleiche Scheiß Echt Kein Plan Halt die Schnauze Und gehen wir nicht auf die Klöten hier Dann kommt er die Wenn der Minecraft Honk nicht kommen wird Dann wird er vielleicht noch überleben Man kann ja hier auch nichts draufklicken Wie bei der Maske Scheiße Wird sauer Ich bin sauer Ich bin sauer Freunde, ich hab keine Ahnung Muss ich erst nachfragen Tut mir leid Ach Scheiße Reg ich mich jetzt wieder auf Mist 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 Ich hoffe Ihr hattet trotzdem ein kleines bisschen Spaß Und wie gesagt Ich muss erst nachfragen Abchecken Wieso, weshalb, warum Mist Oder manuell Was heißt das? Put Benne Klick Está�sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssshsssssssssssssss, heuuu.... Rotom on Reviews And now is sprawdOC das hätte ich so ein bier lauf aktiver lauf und mehr ich verstehe es nicht ich verstehe es halt nicht keine ahnung ja freundin der nacht bleibt mit euch für zu sehen vielleicht geht es weiter mal schauen wenn ich herausgefunden habe wieso weshalb warum was ich machen muss da geht es auf jeden fall weiter weil mir macht das spiel richtig viel spaß falls ihr ein däumchen für mich übrig habt freue ich mich drüber wenn ihr mir es gebt bitte lieb sein seid gespannt ob es weiter geht und ich hoffe es wird weiter gehen bis dahin genießt das leben und schön einfach Spaß miteinander vor allem verhaut euch nicht bis dann immer schönartig sein ich sage tschöne bühne und finge dich aus euer rostiger Rentner thank you bye merci beaucoup au revoir et madame et monsieur oh namu goodbye bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020